In diesem Video geht es um die Lufthansa Miles & Moor Meilen Highlights im Februar, denn ihr wisst ja, Flüge sind nur eine Möglichkeit Meilen zu sammeln. Die Lufthansa Miles & Moor Welt bietet immer wieder Möglichkeiten mehr Meilen zu sammeln als normal. Du bist aus der Schweiz oder aus Österreich, dann bleib dabei, weil da sind auch Angebote für euch. Ich habe ein Angebot heute sogar aus der Schweiz, ganz spannend, ganz interessant. Im Lufthansa World Shop zum Beispiel warten auch wechselnde Rabattspecials mit bis zu 25% Meilenrabatt. Es lohnt sich hier also schnell zu sein. Oder wer 300.000 Meilen haben möchte mit der Small World, da gibt es 50.000 mehr als normal. Normal kriegst du bei Small World 250.000 Meilen. Auch Shoppingfans können sich wieder bei Miles & Moor auf bis zu 15-fache Meilen freuen, also von Otto über Lockten bis hin zu Saturn. So unterschiedliche Partnershops gibt es. Ja, ich steige jetzt mal in das Thema für euch ein. Ihr werdet auch überrascht sein, denn es gibt bei Payback vielleicht eine Aktion, wo man 10.000 Meilen für den Abschluss eines Payback-Meilen-Abos gewinnen kann. Also, bleibt dabei, nach dem Intro geht's weiter. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von den Angeboten haltet, ob ihr da etwas anderes erwartet habt oder ob ihr eine Hilfe zu dem Angebot braucht. Ich freue mich, wenn ich euch da helfen kann. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen, vor allem aber auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Aber dann schreibt in die Kommentarspalte rein, warum es euch nicht gefällt, damit ich es verbessern kann. Wenn das Angebot euch nicht passt, kann ich leider nichts für. Das macht Miles & Moor. Also, direkt rein in das erste Angebot, Small World. Das ist das Angebot mit den meisten Meilen. Das ist eine weltweit führende Lifestyle-Community, die Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für ein gutes Leben verbindet. Also, das heißt so Connoisseurs. Und man hat Small World Communities in allen bedeutenden Städten. Und dieser Club, der, ja, er vereint die Tradition eines Country-Clubs. Ihr kennt das ja aus Amerika, wo man sich halt trifft, Golf spielen und so weiter. Mit der Stärke eines digitalen Angebots. Und so kann man sich unter Mitgliedern da auch wirklich untereinander treffen. Kann da auch im wahren Leben Freundschaften finden. Und die Internetseite und die Mobile-App ermöglichen es den Mitgliedern wirklich, sich da mit Leuten im Ausland auch zu treffen und zu connecten. Auf jeden Fall könnt ihr hier, wenn ihr das Angebot nehmt, auf einen Schlag 300.000 Meilen bekommen. Ihr fragt natürlich zuerst, hey, was bezahle ich dafür? Das sind 5.200 Euro. Und ihr müsst das Angebot abschließen bis zum 21. Februar. Das Angebot gilt also schon seit dem 22. Januar. Da heißt es jetzt schnell sein. Und ihr wollt wissen, was neben den 300 Meilen inkludiert ist. Es ist ein Dragon Prestige Pass. Heißt also ein Jahr Mitgliedschaft, wo ihr in die Lounge könnt. 900 Lounges sind, glaube ich, bei Dragon Pass mit dabei. Discovery Black Card. Das ist zum Beispiel Kempinski Hotel, Anantara Hotel. Damit habt ihr den höchsten Status. Habt ein Suite Upgrade. Jumeiria Serious Gold, auch vor ein Jahr. Und wer bei Six noch keinen Platin-Status hat, würde den damit bekommen. Und natürlich bei The World's Finest Clubs. Wisst ihr, aber wer eine Platin-Karte von American Express hat, der hat das ja schon. Und natürlich, not last, not not least, ganz schwieriges Wort, Small World. Ein Jahr die Mitgliedschaft, dass ihr die App und so weiter benutzen könnt. Ja, das ist ein geiles Angebot. Wie immer links unten in den Shownotes schreibe ich euch rein. Also bleibt gespannt. Und nun für die Schweizer ein Angebot. Vom 30.01. bis zum 14. Februar kann man bei einem Weinkauf ab 300 Schweizer Franken auf Koop 10-fache Prämienmalen bekommen. Das heißt also, du möchtest deinen Wein oder sowas kaufen, geh doch mal bei Koop holen. Und du kriegst also wirklich da die 10-fachen Prämienmalen, wenn du mehr als 300 Schweizer Franken ausgibst. Und natürlich, es geht online, also bestellt und ihr kriegt es nach Hause geliefert. Braucht keiner zum Koop und schleppen. Ganz einfach, ihr geht auf koop.ch, gebt beim Checkout vor der Bezahlung die Meils-Ambau-Karten-Nummer an und die Prämienmalen werden innerhalb von drei Wochen gutgeschrieben. Also cooles Angebot. Habe ich euch zu viel gesprochen in der Schweiz? Ich hoffe nicht. Dann gibt es natürlich attraktive Angebote, exklusive Aktionen, Specials zum Sparen. Auch Happy Hour fürs Meilenkonto. Das heißt also, es gibt aktuelle Rabattaktionen, wo du Sachen kriegst zu einem Toppreis, wo du weniger Meilen bezahlst. Und im Februar gibt es wechselnde Angebote, die wöchentlich da rotieren. Und das erste Angebot ist mit 25% Meilen-Nachlass vom 1. bis zum 7. Februar von Fitbit. Und zwar ist das die Fitbit-Uhr-Age, ne Waage, ich sag schon Uhr. Also die Waage. Und das ist doch mal super. Weitere Angebote wechseln jede Woche. Ich werde sie im ersten Kommentar immer wieder editieren. Ich könnte sie euch nennen, darf es aber nicht. Oder habe ich sie nicht? Nein, bleibt gespannt, es werden coole Angebote. Wir müssen warten. Also ab dem 8. unten dann in den Shownotes im ersten gepinnten Kommentar. Ansonsten, bei Meister Moor Online-Shopping gibt es bis zu 15-fache Meilen bei ausgewählten Partnern im Februar. Und die Online-Partner sind zum Beispiel Otto. Otto gibt es 10-fache Meilen vom 6. Februar bis zum 7. Februar. Also 3-fache Meilen an allen anderen Tagen im Februar. Bei der Lampenwelt 15-fache Meilen vom 6. Februar bis zum 7. Februar. 10-fache Meilen an allen anderen Tagen im Februar. Und Lockten hat 10-fache Meilen im gesamten Zeitraum. Auch bei Rebens, Orkley, Sunglass hat 10-fache Meilen im gesamten Zeitraum. Mr. Porter hat 8-fache Meilen im gesamten Zeitraum. Saturn 5-fache. Lotto hat 5-fache Meilen. Douglas hat auch 5-fache Meilen. Lieferando 3-fache Meilen im gesamten Aktionszeitraum vom 1. bis zum 28. Februar. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein interessantes Highlight von der Welt am Sonntag. Die Welt am Sonntag und auch Marriott geben bis zu 10 Prämien Meilen pro US-Dollar bei ausgewählten Hotels, die man sammeln kann. Meister Moor Teilnehmer, die im Februar einen Hotelaufenthalt bei Marriott über den Promolink buchen, erhalten bis zu 10 Prämien Meilen pro ausgewählten US-Dollar. Aber ganz wichtig, ich muss halt euch nur noch den Hinweis geben, wenn ihr diese Meilen sammelt, kriegt ihr bei Bonvoy keine Meilen gutgeschrieben. Buchungszeitraum, ganz wichtig, 1. Februar bis zum 28. Februar, Reisezeitraum vom 1. Februar sogar bis Ende März. Dann geht es weiter mit der Welt am Sonntag. Da gibt es 30.000 oder 9.500 Meilen bei Abschluss eines Abos. Meister Moor Teilnehmer, die ein 6-monatiges Kombi-Abo vom Welt am Sonntag und die Welt abschließen, sammeln 28.000. 7.000 Prämien Meilen für das 6-monat-Abo von der Welt am Sonntag und erhalten 7.500 Prämien Meilen. Und besonderes Extra bei einer Bestellung bis zum 19. Februar, also wenn ihr innerhalb der nächsten 19 Tage bestellt, erhaltet ihr bei den beiden Angeboten 2.000 Meilen zusätzlich, also 30.000 Meilen, beziehungsweise in dem anderen Fall 9.500. Ganz, ganz wichtig. Dann Hotels, Cars, Points, 20% Meilen-Nachlass. Teilnehmer, die im Februar Meilen für ein Hotel- oder Mietwachen buchen, bei Hotels, Cars und bei Points einlösen, erhalten einmalig bis zu 20% Meilen-Nachlass. Ganz wichtig ist hier wieder, der Buchungszeitraum muss innerhalb Februars sein, vom 1. Februar bis zum 28. Februar. Flexibilität ist beim Reisezeitraum allerdings, also da könnt ihr dann einfach gucken, wann es für euch passt. Ihr bekommt also 10% Meilen-Nachlass beim Einlösen bis zu 55.000 Meilen, 20% Meilen-Nachlass beim Einlösen von mindestens 55.000 und einer Meile. Dann geht es doch direkt weiter mit Payback. Ich hatte euch das ja nochmal im Intro kurz gesagt. Payback verlost 10 mal 10.000 Meilen für die Nutzer des Payback-Meilen-Abos. Also wer bereits Payback-Punkte sammelt, kann sich im Februar für das Payback-Meilen-Abo anmelden. Vorteil, zweimal im Jahr werden Payback-Punkte automatisch im Verhältnis 1 zu 1 in Prämien-Meilen umgewandelt. Als Dankeschön verlost man jetzt ein Mord zu dem 10 mal 10.000 Meilen, das wäre ein bisschen wenig unter allen Teilnehmern. So geht es. Also bei Payback mindestens 200 Punkte bei den Partnern sammeln und bis zum 28. Februar zu Payback-Meilen-Abo anmelden und Punkte automatisch 2 am Jahr 1 zu 1 umwandeln. Ganz wichtig, hier noch ein kleiner Disclaimer, ich muss das wieder einschieben. Es gibt natürlich auch Aktionen, wo es mehr Payback-Punkte gibt, in Anführungsstrichen, wenn ihr umwandelt. Also das heißt, wenn ihr 2000 Prämien-Punkte umwandelt, bekommt ihr 2000 Meils & More Meilen. Wenn ihr aber wartet, dann gibt es manchmal Zuschläge, 10, 15, 20 Prozent zum Beispiel. Also insofern könnt ihr das machen. Aber weiter, ihr müsst euch dann registrieren und mit etwas Glück könnt ihr gewinnen. Und Meilen-Abonutzer können auch teilnehmen. Also jeder, der sich schon angemeldet hat, kann es tun. Wer das Meilen-Abo hat, vergesst es nicht. Links wie immer unten in den Shownotes. Das waren auch schon die Meilen-Updates aus dem Februar. Ich hoffe, ihr seid dabei und ihr freut euch. Wenn ihr ein Angebot gefunden habt, wo ihr sagt, das ist toll, dann lasst es mich doch gerne wissen. Und denkt dran, ich werde die wechselnden Abos unten bei den Meilen-Esparnissen eintragen im ersten gebindeten Beitrag. Und vergesst nicht, das Like zu geben. Ich danke euch, Frequent Traveller TV, das war wieder Lars. Also bis zum nächsten Mal und ciao.